Schlaganfall, Austro-TV-Star stirbt mit 67 Jahren. Die österreichische Fernsehlandschaft hat einen ihrer bekanntesten Stars verloren. Der beliebte Schauspieler und Moderator, der in verschiedenen Formaten in der Öffentlichkeit auftrat, ist im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Dieser Text ist bereits auf Deutsch. Wenn du Änderungen oder Erweiterungen möchtest, lass es mich bitte wissen. Die Umstände des Schlaganfalls, der zu seinem Tod führte, wurden bisher nicht im Detail erläutert. Es wurde jedoch berichtet, dass der TV-Star in der vergangenen Woche in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er plötzliche Probleme hatte. Ärzte hatten umsichtig erste Hilfe geleistet, konnten allerdings nicht verhindern, dass sich sein Zustand rapide verschlechterte. In seinen vielen Jahren in der Medienbranche hat der Verstorbene unzählige Menschen erreicht und inspiriert. Er war nicht nur in der Lage, große Emotionen zu vermitteln, sondern hatte auch ein feines Gespür dafür, wie man komplexe Themen auf eine zugängliche Weise präsentieren konnte. Besonders in seinen politischen Kommentaren und Talkshows erregte er häufig Aufsehen, was ihn zu einer wichtigen Stimme in der gesellschaftlichen Debatte machte. Kollegen aus der Branche erinnerten sich bei der Bekanntgabe seines Todes an seine Herzlichkeit und sein Engagement. Viele von ihnen teilten ihre persönlichen Geschichten über die Zusammenarbeit mit ihm und hoben seine Professionalität hervor. Seine Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte, in denen er verschiedene Auszeichnungen für seine Leistungen erhielt. Ein enger Freund und Kollege erklärte, dass der Verstorbene immer ein offenes Ohr für andere hatte und stets bereit war, Unterstützung zu leisten. Zurück bleiben nun viele Erinnerungen an seine unvergesslichen Auftritte und die Inspiration, die er für viele Menschen war. Die Trauer um den Verlust eines solch einzigartigen Talents wird noch lange spürbar sein. Die Nachricht über seinen Tod wird sicherlich viele Diskussionen über die Wichtigkeit der Gesundheit und Prävention von Schlaganfällen in Gang bringen. Die Familie des verstorbenen TV-Stars bat um respektvollen Umgang mit ihrer Trauer und wünschte, dass in der nächsten Zeit die private Trauerbewältigung im Vordergrund stehen solle. Sie danken allen für die Anteilnahme und die liebevollen Worte in dieser schweren Zeit. Mittwoch, 25. September 24.